Hi, mein Name ist Thorsten und in Videos wie diesem teste ich regelmäßig die neuesten Gadgets für euch. Heute schauen wir uns gemeinsam den Kompakt-Power-Paket Beutestaubsauger von Roventa an. Ein Staubsauger, der laut Angaben des Herstellers in puncto Effizienz auf einem ganz neuen Level spielen soll. Ob Roventa dieses Versprechen einhalten kann, werde ich euch gleich verraten. Aber bevor es losgehen kann, ein kurzer Disclaimer. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit dem Hersteller entstanden. Meine Meinung ist jedoch zu 100% meine eigene und ich wurde weder für ein positives Testergebnis bezahlt, noch hat der Hersteller Einfluss auf meine Wertung genommen. Jetzt, wo wir das geklärt haben, widmen wir uns dem Roventa Kompakt-Power-Paket. Neben dem Bodenstaubsauger selbst bekommt ihr im Lieferumfang eine 2-in-1-Fugendüse, eine Parkettdüse und eine integrierte Möbelbürste. Die Bedienungsanleitung darf natürlich auch nicht fehlen und ein Hygiene-Plus-Staubbeutel wird auch beigelegt. Im Lieferumfang ist also alles dabei, um direkt loslegen zu können. So lobe ich mir das. Der Kompakt-Power-Paket besitzt eine maximale Ausgangsleistung von 750 Watt, wodurch er auf einem ähnlichen effizienten Niveau wie akkubetriebene Staubsauger arbeitet. Das Gute dabei ist aber auch, durch seine Effizienz schafft er Saugergebnisse, die eher mit 2000 Watt-Modellen vergleichbar sind. Diese Power kann ich in meinem Alltagseinsatz vollkommen bestätigen. Und diese Effizienz spiegelt sich auch bei der Größe wieder. Mit einem geringen Gewicht von 6,5 Kilogramm ist der Rowenta Kompakt-Power-Paket der kleinste und leichteste Staubsauger, den ich jemals hatte. Trotz der geringen Größe besitzt er dank des langen Stromkabels einen Aktionsradius von knapp 9 Metern und ein für diese kompakte Bauform unglaubliches Fassungsvermögen von 3 Litern. Die Bauform hat noch einen weiteren Vorteil, und zwar die Beweglichkeit. Er ist super manövrierfähig und durch das 360-Grad-Vorderrad kann er sich spielend leicht um die eigene Achse drehen. Die Ausbreitung von Bakterien wird dann noch durch einen High-Filtration-Dauerfilter verhindert, welcher bei der Verwendung der Hygiene-Plus-Beutel von Rowenta niemals gewechselt werden muss. Diese besitzen eine selbstschließende Klappe, wodurch eine perfekte Filterung und verbesserte Sauberkeit ohne Bildung von Staubwolken gelingt. Die Bodendüse ist leicht umschaltbar und lässt sich auf verschiedenen Böden verwenden. Der ausgefahrene Bürstenkranz verhindert Kratzer auf Hartböden. Mit der Fugen- und Polsterdüse kommt der Kompakt-Power-Pakett in enge Stellen und dank Möbelbürste reinigt der Sauger zuverlässig Möbelstücke. Das Teleskoprohr besteht aus robustem Metall und lässt sich leicht an die Nutzergröße anpassen. Das gilt ebenfalls für die Saugleistung. Diese ist entweder am Sauger oder am Griff einstellbar. Zu guter Letzt lässt sich das Stromkabel automatisch im Gehäuse des Saugers einfahren. Damit haben wir alle Funktionen. Gehen wir über zum nächsten Punkt, und zwar der Saugleistung. Wie bereits zu Beginn erwähnt, läuft der Rowenta Kompakt-Power-Pakett mit einer Leistung von 750 Watt. Dadurch ist er nicht nur leise, sondern verbraucht auch deutlich weniger Strom als herkömmliche Staubsauger. Die Frage ist, kann das Saugergebnis aber mit Modellen von 2000 Watt mithalten? Die Antwort ist zu 100% Ja. Der Sauger entfernt selbst tiefsitzenden Schmutz problemlos. Und dank des Regulierrats und der verstellbaren Öffnung am Rohr ist die Saugleistung dazu noch ganz individuell anpassbar. Auch bei reduzierter Leistung ist das Ergebnis immer noch sehr gut. Und dank des zweistufigen Filtersystems werden anders als bei herkömmlichen Saugern 99,98% des gesaugten Staubs auch aufgenommen. Die Bedienung ist dazu noch super einfach und der Sauger gleitet fast wie von selbst über den Fußboden. Und wenn man ihn doch mal anheben muss, ist das auch kein Problem. Er ist super leicht und lässt sich bequem durch den großen Aktionsradius durch die gesamte Wohnung befördern. Die kompakten Abmessungen sorgen dann noch für ein platzsparendes Unterbringen. Für mich ist der Rowenta Compact Power Packet vom Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell nicht zu schlagen. Die vielen positiven Eigenschaften sind in dieser Preisklasse ein Novum und ich bin sehr überrascht, dass Rowenta so viel Leistung für so wenig Geld anbieten kann. Ich konnte keine Kritikpunkte erkennen und kann euch diesen Staubsauger nur wärmstens ans Herz legen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem schicken Staubsauger und vielleicht bis zum nächsten Mal.